Hallo Freunde, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, was Resident Evil 3 angeht. Ich habe ein bisschen zu weit gespielt und ich habe die Aufnahme von der heutigen Folge aus Versehen gelöscht. Deswegen musste ich heute Abend diese Folge nochmal neu aufnehmen. Ich werde versuchen, das alles irgendwie so halbwegs zu retten, dass ihr dem Morgen neben Fußballmanager auch noch eine neue Resident Evil Folge kriegt, damit ihr Bescheid wisst. Sonst, wenn ich es zeitlich nicht schaffe, werde ich das machen, dass ich Samstag eine Doppelfolge raus habe. Also sonst eine extra große Folge, sonst kommt nochmal ein Infovideo darüber. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Tut mir leid. Ciao.